ich brauche Live Leach Live Stil brauche ich ein Stil mit Live was kaufen wir uns denn da mal nee das ist kacke nee das ist kacke wir kaufen uns einen Platz zuerst, glaube ich einfach mal Platz zuerst kaufen wir und jetzt ja ich hab da richtig gehört ich glaub du kriegst gleich eine reingehauen allein hier ne da kommt das Team hier da ich seh das auch schon ich komm jetzt nämlich von oben ich mach das von hier ich bleib safe position nee okay okay alles klar alles klar die Gegner sind ja jetzt auch nur noch zu viert ne wir haben ja mental gefistet und da fliegt der Pfeil wie der letzte Gott auf Erden Mann 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 göttlicher göttlicher Schießen kann man dir auch nicht mehr also ist echt nicht so schwierig weißt du ich laufe rein ey wie ein Horst wie der letzte Horst laufe ich in Morganas Kack rein immer jedes Mal ich hab da so für so ein Feeling für ich hab da so das Feeling für Bäm nein nicht Bäm jetzt Bäm jetzt hab ich getroffen endlich mal Bäm ne nicht Bäm und er macht da das macht auch immer er da macht es ist kacke nee ich bin weg ich laufe ich laufe ich laufe ich laufe ich laufe ich laufe ja Mann 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 ey gibt's doch nicht Tee was los wo bleibt die Flames ihr könntest ja mal Ulti machen oder du könntest ja mal nur Elite schreiben ich male euch gleich eine Karte auf wie man spielt ja so geht doch Mann 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 ey so 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 tot ich gewinne ihr verliert 1 zu 1 weißt du Victory Mann 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 GG Victory Alter meine Teammates heute ringen mich echt nur auf da kriegen ich glaub das war's erstmal für heute ich glaub ich glaub ich krieg nicht noch eins nee das macht mich mental Brainfuck ich muss erst mal ich muss erst mal ich kann jetzt nicht nochmal mit komplett Brando spielen nee egal ich hoffe es hat euch Spaß gemacht und ey schaltet beim nächsten Mal wieder ein wenn ihr das heißt let's hate mit Keith wir hassen Randoms und mich selber hasse ich auch ich mein ich hab aber am Anfang auch scheiße gespielt aber diese Rumierheule jedes Mal warum die mir nicht den ganzen Tag erzählen erzähl ich denen auch nicht ich erzähl's euch wie kacke die sind aber nicht denen weil's mir egal ist sollen sie spielen wie sie meinen ich flame da rum ich kann ich kann flamen dann bin ich beruhigt dann geht's mir gut ich muss hier das Game auch mal beenden hier langsam so bis denn und so chillö die Lüge und bleib dich nicht froh dann geht's mir bis denn ... ... ... ...